Ich schicke das alles nach hin. Ich schicke das alles nach. So, und was hat Frank jetzt gerade geschrieben? Ja, den Bus verpasst? Na doch, ich habe den Bus gerade ein wenig verpasst. Was ist denn ein wenig verpassen? Entschuldigung, was ist ein wenig verpassen? Die war aber oft aufgedrückt. Schicke ich jetzt mal zu Bodo.